Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Verena und ich begrüße euch in meinem kreativen Chaos. Heute habe ich dieses kleine, ja was ist das? Also entweder ihr nehmt es als Deko oder ihr könnt es theoretisch auch als kleine Goodiebox nehmen, obwohl ich das ein bisschen schwierig finde. Aber die sieht total kompliziert auszufalten, ist sie aber tatsächlich gar nicht. Also ja, das kriegen wir alle hin. Und ich hatte das auf Pinterest gesehen. Fragt mich bitte nicht mehr wo. Aber auf jeden Fall hatte ich das irgendwo bei Pinterest gesehen und fand das total süß. Alexa, stopp. Da wollte sich die Alexa einfach vordrängeln. Ja, also. Genau, wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Und zwar braucht ihr dafür nichts weiter als ein quadratisches Papier. Ich muss, ich sehe gerade, ich muss hier dringend mal die Klingen wechseln. Und das wird gefalzt. Das ist aus dem, ähm, irgendwie habe ich hier gerade so ein paar Probleme mit meinen ganzen Kabeln. Das ist aus, jetzt werde ich nicht, ich gewinne ja doch, aus, ähm, diesem Millennial Scraps Ding. Ähm, ja. Da habe ich eins mit diesen Schriftzeichen genommen, weil die benutze ich so oder so nicht. Und, ähm, ich fand den Hintergrund aber ganz hübsch. Und, ja. Das Papier muss quadratisch sein. Die Größe ist egal. Es sollte nicht zu klein sein, weil sonst, ähm, kommt ihr damit nicht, also, kommt ihr nicht ins Falten. Aber, ähm, ansonsten, wartet mal, ich mache noch mal ein Licht an. So. Schon besser. Ähm, genau. Nicht zu klein. Aber ansonsten könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Und zwar fangen wir jetzt erstmal an, das Papier in der Mitte zu falzen. Ähm, es empfiehlt sich auch genau zu falzen. So ein bisschen schief ist nicht schlimm, aber nicht zu schief, weil sonst, ähm, wird das alles nix. Dann wird's wieder so gefalzt. Kanten immer schön nachziehen. So, und jetzt wird's noch zu den Ecken eingefalzt. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich ja mit dem Kopf nicht so wirklich drüber kann, dass ich's auch genau treffe. Das Papier von Millennial Scrubs eignet sich dafür super, weil das ist nicht zu dick. Weil wenn's zu dick ist, funktioniert's nicht richtig. Aber es ist halt auch nicht zu dünn, dass, ähm, ihr quasi gar keinen wirklichen Halt habt. So. Und jetzt kommt's, äh, kommt im Prinzip das Schwierige. Und zwar falzen wir, ähm, einen Drachen. So, ich lege mir das dafür ein bisschen schief an, damit ich hier auch wirklich in die Falz komme. Bin ich hier so schief? Na, also wirklich. Richtig ist, dass hier unten der Knick gut gelingt. So, schön hier an der Falzlinie entlang. Ja, jetzt hab ich's sehr gut. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Und das einfach reihum machen. Ähm, ähm, kennt ihr das? Manchmal sitzt man davor und denkt sich, hä? Genau, so. Und irgendwann wird's leichter, ähm, das auch zu sehen, wo alles richtig hin muss, weil ihr dann quasi die Linien schon seht, wo sie sich treffen. Das macht's dann alles ein bisschen leichter. Und es ist wirklich nicht schwer. Ja. Das, ähm, kann man auch mit Sicherheit super mit Kindern machen. Ähm, kann sich nur... So, manchmal denke ich dann immer, Moment, wie war, wie war das jetzt gerade nochmal? Ich hab's doch gerade gemacht. Und wenn ihr... Ich hoffe, ihr könnt... Na, ich glaub, das ist im Video ganz schwer zu erkennen, nur. Ähm, aber die Linien. Hier trifft sich eine Linie. Hier, das... Daran seht ihr gleich einfach. Okay, ähm... Passt gleich. So, hier hab ich schon. Und hier muss ich noch, so. Also wirklich einfach reihum einmal einen Drachen falten. Noch mal eine kleine Erinnerung an den Herbst. So, lasst mich schauen. Hab ich jetzt alles? Hier, hier, hier und hier. So, und jetzt, ähm, schauen wir, dass wir die Spitzen zueinander bekommen. Also einfach hier mit dem Finger so ein bisschen nachhelfen. Da auch hier nochmal so, ähm, quasi so gegendrücken, dass ich das gleich schön in die, die Falz gibt. So, und jetzt habt ihr quasi hier so, ja, so einen halben Stern irgendwie. Also, ihr drückt jetzt in der Mitte rein, dass das nach unten geht. Und rein, dass das nach unten geht. Und dann habt ihr es, wie ihr seht, super einfach gemacht. Ähm, ich find's echt hübsch. Auch wirklich einfach so als kleines, ähm, Gebimsel am Weihnachtsbaum. Also dann vielleicht nicht unbedingt sowas Großes machen. Aber, ähm, ich hab jetzt grad auch nichts, was ich mal rein... ...hab ich, haben wir von unserem Lieblings-Max geschenkt gekriegt. Also wir haben zwei, Max, mein Bruder ist mein Lieblings-Max und mein, der Sohn von meiner Freundin ist mein Lieblings-Max. Also ich hab zwei Lieblings-Maxe. Ja, also das passt ohne Probleme hier rein. Also ich schätze mal so ein, so ein, so ein... Ah! Ich hab jetzt zwei Walnüsse. Ja, mit denen wird's schon ein bisschen schwieriger. Aber es geht noch. Es geht noch. Ja, also wie gesagt, ein bisschen was kriegt ihr da rein, aber wirklich nicht viel. Ähm, aber es soll halt auch hauptsächlich hübsch aussehen. So, komm da wieder raus. Und wenn ihr das jetzt verschließen wollt, einmal auseinanderfalten. Ich hab hier meine Croppedile und, ähm, stell mir da jetzt einfach eine Länge ein, die ich für passend halte. Und, ähm, stand's mir dann in der Mitte von den Zacken quasi ein kleines Löchlein. Und ich finde das hier mit diesem Abstand ganz gut, weil dann hab ich die Löcher auch alle ungefähr auf einer Höhe. So, ein, zwei Millimeter vertut sie's vielleicht mal. Aber mehr in der Regel auch nicht. So. Und wenn's sich ein bisschen wehrt, einfach, einfach immer schön gegendrücken und dann funktioniert das. So. Also das hier seht ihr ja, hab ich mit, äh, mit quasi zwei langen Bändern gemacht. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich dachte, ich musste niesen, aber irgendwie doch nicht. so, das heißt, ich schneid mir jetzt hier einfach zwei Fäden. Das ist einfach so dieses Baker's Twine Form Action. Könnt ihr aber jedes Band nehmen, was ihr wollt. So, und die fädel ich mir jetzt, ähm, immer gegenüber auf. Weil dann sieht man von außen keine Fäden. Hm. Gehst du rein? So, gerne mit Gold. Vielen Dank. So. Und jetzt vorsichtig gleichzeitig daran ziehen. Und schon hat man's geschlossen. das würde jetzt, wie ihr seht, natürlich wieder aufgehen. Deswegen ähm, eigentlich wollte ich, ich hab hier so eine, so eine Box mit ganz vielen Strasssteinen, die ich irgendwann mal, oder, also so Steinchen halt, die ich halt irgendwann mal bekommen hab. Und, ähm, aber der hier, der passt doch super dazu. Ja. Und das wollte ich eigentlich quasi so da drauf fädeln, aber es sind, also die Fäden sind zu dick. Das sind einfach zu viele Fäden, als dass die da alle da durchpassen würden. Deswegen kommt hier jetzt einfach ein Knoten hin. dann brauchen wir nochmal etwas von dem Baker Strine, weil eine, ähm, eine Fadenstärke geht ohne Probleme durch, aber halt auch nur eine. Hoffe ich, dass sie jetzt durchgeht ohne Probleme. Beim anderen ging's. Ja. Sehr schön. Mehr braucht es nicht. So. Es kommt jetzt einfach hier drum. zack. So. Ich hab mir das eben, als ich das gemacht hab, ähm, könnte ich das ja ein bisschen näher halten, weil dann ja die Kamera nicht laufen. Da war es ein bisschen einfacher. Aber so geht das auch. So. Jetzt hat das quasi hier nochmal unten drunter festgeknotet. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Gebamsel runterhängen. Und ich konnte dir das jetzt überhaupt sehen. Ich war so auf diesen Knoten fixiert, dass ich jetzt gar nicht geguckt hab, ob ihr auch was sehen könnt. Weil da ist ja mein Bildschirm. Da seh ich, was ich mache, wenn ich hingucke. Und, ja. Also wie ihr seht, das hier ist aus einem 15x15. und das hier sind 20,5x20,5. Ihr könnt es natürlich, wie gesagt, in unterschiedlichen Größen machen. Auch nochmal ein ganzes Stück kleiner geht das mit Sicherheit. Nicht zu klein, wie gesagt, sonst könnt ihr es nicht mehr richtig falzen. Aber, ja. Das ist meine Idee für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr macht es nach und, ähm, ja. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich wünsche euch einen, ich stelle es nochmal auf, so. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, bleibt kreativ und wir sehen uns das nächste Mal in diesem Chaos. Ciao. Ciao.